Ganz kurzes Video, ganz kurz, ich habe noch was hingekriegt Freunde, schaut mal, kann man sehen, ich habe es gepackt, das Modul ist wieder angeschlossen und funktioniert. Zack, ne, Kreuzungsweiche, wie beim Modul ist die, dann hier oben die Weiche, funktioniert. Funktioniert, funktioniert, ja, und das andere hat ja alles schon funktioniert. Jetzt brauche ich nicht mehr mit der Hand schalten, geht jetzt alles ohne elektronisch. Grün bedeutet, dass er halt hier oben lang fährt, auf dem Hauptkreis, der noch nicht angeschlossen ist. Und Rot bedeutet, dass ich dann hier das Viadukt benutzen kann. Dazu muss ich dann hier dann nochmal drücken. So, das war's. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Der nächste Schritt ist getan. hat man mal verabordet. Jetztkekst du Zeit rock und runter. Aber hinterher geht's. Die Nachdenken, dass du so leicht nicht zu schreifen geht.